Hi zu Bauboombang und zu einem nächsten Project Bang und ich hoffe es wird euch genauso gefallen wie mir. Bleibt dran, denn heute fahren wir mit uns selber um die Wette. Oder so. Wer schon länger bei Bauboombang dabei ist oder so das Video schon gesehen hat, der kann sich vielleicht daran erinnern, dass ich meinen Mellow Drive unter eins meiner Cologne Pitamännchen gebaut habe und damit das kleinste elektrische Skateboard der Welt gebaut habe. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es so ist. Ob es wirklich so ist, kann ich euch nicht sagen. Das Video verlinke ich euch auf jeden Fall da oben nochmal. Aber heute werde ich das Ganze pimpen, denn ich habe ja immer noch ein kaputtes Bein und die Skate-Saison hat schon längst angefangen und ich könnte einfach laut schreien, dass ich nicht richtig skaten kann und das ist mir zu gefährlich. Und dann Longboard zu schreien, habe ich auch schon gemacht, ist mir auch zu gefährlich. Und deshalb möchte ich heute mit euch einen alten Kickroller mit meinem Mellow Drive und einem Pitamännchen zusammen verschmilzen lassen. Da haben wir die Kollegen. Das ist ja einmal mein Pitamännchen, quasi die fertige Version, die ich extra quasi dafür hergestellt habe. Ihr seht, so ein bisschen andere Bohrungen, also nur im vorderen Bereich. Und da ist der Mellow Drive drunter gebaut und das wird auch so bleiben. Ich werde nur den Mellow Drive davon wegnehmen, das Brett so behalten, damit ich das immer wieder so zurückbauen kann. Und das ist auch das Geile am Mellow Drive. Ihr könnt euch das einfach da drunter schneiden, wo ihr gerade Bock habt. Ich habe auch noch Longboard, da habe ich es auch schon mal drunter gebaut. Dann seht ihr hier, habe ich schon fertige Pitamännchen. Einmal in den Cebone-Holz, dann einmal in Maragoni und einmal noch in Nussbaum, so wie das Brett eben hier auch ist. Und ich glaube, ich werde mir auch wieder so einen Nussbaum nehmen. Oder ich werde mir das Cebone nehmen. Das Cebone sieht halt auch super geil aus. Ich werde gleich mal gucken und dann werden wir eins davon quasi umbauen, um das hiermit quasi zu verheiralen. Das ist ein alter Kick-Roller, den ich noch in der Garage gefunden habe. Da sind ein paar Sachen kaputt und es ist halt auch mega dreckig. Den werden wir komplett neu aufsetzen, sauber machen, reparieren, umbauen und so weiter. Und damit geht jetzt los. Genau, den werden wir jetzt erstmal auseinander nehmen. Ich werde mir mal hier so ein paar Bimbo-Schlüssel rausnehmen, mit der Hoffnung, dass die denn irgendwie alle passen. Und dass das die richtigen Größen sind, aber ich gehe stark davon aus. Und den werden wir jetzt in alle Einzelteile zerlegen und dann gucken, was wir davon noch reparieren können oder nicht. Okay, das geht. Okay, das geht. Okay, das geht. Okay, das geht. Krass, was da für eine Technik hinter steckt. Nicht schlecht. Alles, was ich von dem Kollegen brauche, habe ich jetzt auseinander. Die Rollen sind, wie gesagt, die Kugellager sind natürlich ziemlich durch. Man hört es. Also, die sind auf jeden Fall durch, aber ich habe ja genügend andere noch. Ich habe nur solche Rollen nicht. Ich muss jetzt mal nochmal erkennen, was das genau für Rollen sind. Und dann muss ich mal fix neue bestellen und vielleicht noch so ein paar Lageraufnahmen. Mal gucken, ob ich dazu was im Netz finde. Und genau, ansonsten werde ich mir ein paar Sachen vielleicht drucken müssen, weil ich habe hier gerade solche Washer einfach geschrottet. Also, der ist mir einfach gebrochen. Ich wusste nicht, dass der so sensibel ist. Und dann werde ich das hier natürlich alles sauber machen. Und hierzu brauche ich eine neue Arretierung. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die mache. Vielleicht werde ich mir hier irgendwas zusammenschweißen, was ich einfach dann da so reinstecken kann. Irgendein Schnellverschluss. Ich weiß es noch nicht. Da muss ich mir noch ein Board nehmen, was ich dann quasi hier drauf noch zuschneide, dass es cool passt. Ich weiß noch nicht, wie. Aber eigentlich muss ich mir ein noch ungebohrtes Brett nehmen, damit ich das so richtig anschäpen kann. Ich will es richtig anschäpen, obwohl das geht. Wenn ich das hier abmache, dann passt es schon total gut zur Form. Guckt mal. Hm. Das passt. Sieht schon cool aus. Vielleicht muss ich das hier noch spitzer machen. Jetzt werden wir auch erstmal schön sauber machen hier. Alles mit. Bequemzen. Einiger. Da geht mich alles mit ab. Jetzt könnte man Wasser drunter legen, ne? Ja. Jetzt werden wir hier beim Pittermännchen einfach die Nase abschneiden, damit es oben in diese Form reinpasst. Abgeschnitten hat ein paar Funken gegeben, weil ja Kohlefaser, Glasfaser da drin verarbeitet ist. Und es mag das Band vielleicht nicht so ganz. Hm. Naja. Auf jeden Fall gut geworden. Querschnitt. Jetzt sind sie richtig fertig. Noch quasi gesenkt. Und dann passen die Kollegen auch perfekt da rein. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es auch auf unser Gestell passt. Ganz grob mal drauf gehalten. Oh, ich liebe es. Ich liebe es, wenn einfach ein Plan funktioniert. Jetzt geh rein. Innenbus. So. Ja. Ah. Super. Mal so ganz grob. Ich will mich ja nicht selber loben, aber also ganz ehrlich. Das ist doch der Oberkracher. Wenn das Teil fertig ist. Mellow Board. Sofort bauen. Sofort. Wie geil ist das denn? Ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn das Ding fertig wird. Wie es immer so ist, ich habe nur M6er Schrauben, brauche aber M5er. Also eigentlich, das sind die alten. Die haben aber einen Kreuzkopf. Ich will aber einen Inbuskopf, weil die Inbusschrauben auch die sind, die von dem Kickroller vorher waren. Und ja, jetzt kann ich einfach auf die glorreiche, spontane Idee einfach schön den Windeschneider. Ich lege mir das hier erstmal auf. Ja, ich könnte das jetzt einspannen. Das tue ich aber nicht. Und jetzt schneiden wir uns einfach schön sauber M5 da raus. Wir haben ein bisschen Öl da drauf. Dann zieht es ein bisschen besser. Wir haben ein bisschen Öl insgesamt drauf. Und dann... Ja. Schneidet gleich viel cooler. Dann haben wir das perfekt geschnittene Gewinde. Die angezeichneten Löcher der Hinterachse, das heißt ja hier dran, ist der komplette Motor mit Akku. Allen befestigt. Wird jetzt hier, werden diese vier Löcher gemacht. Dazu habe ich mir ja gerade die neuen Schrauben designt. Genau. Und da habe ich mir jetzt was drunter gelegt, damit wir hier gerade durchkommen. Und ja, dann bohren wir die mal schön durch hier. Und jetzt fasen wir schön unsere Löcher noch an. Äh, von oben, damit die Schrauben sich anständig versenken. Da. Perfekt. Super Löcher. Okay, die Schrauben passen super da rein. Und das reicht mir total. Hier haben wir nochmal für alle, die die erste Episode nicht mitbekommen haben. Das ist quasi das Hintergerüst. Die Motoren sitzen in den Rädern. Und das ist der herausnehmbare Akku. Ich weiß gar nicht, warum ich den die ganze Zeit drin habe. So, jetzt machen wir das ganze Ding mal provisorisch hier fest. Und ich hoffe, dass die Bohrungen alle cool waren. Yes. Das sieht super aus. Jawohl. Bäm. Das ist immer das Beste, wenn es dann nachher passt beim Verheiraten. Das Gute ist, wenn ihr ein Mellow-Board kauft, bekommt ihr direkt so ein Mellow-Werkzeug mit dazu. Äh, was Emspitze ist. Wirklich hochqualitativ. Top. Das sind auch selbstsichernde Muttern, die ich, äh, genommen habe. Weil durch die ganzen Vibrationen und allem, äh, müsst ihr halt wirklich aufpassen, dass da sich nichts löst. So, der Motor ist perfekt dran. Das, äh, wirkt super. Und jetzt sehen wir natürlich, hm, hier vorne fehlt ja was. Und am Anfang habt ihr ja gesehen, die eigentlichen Räder, die auf dem Kickboard drauf waren, die sind durch. Deshalb habe ich mir neue bestellt. Die packen wir mal kurz aus. Und dann werdet ihr sehen, die passen mega dazu. Und zwar habe ich Kickstund-Rollen gekauft mit einer Alufelge. Da sind direkt schon Kugellager drin. Abbeck 9 Kugellager. Die haben ein super Laufverhalten. Und wenn die jetzt hier noch dran kommen, es gab leider keine Kugeln im Blau, dann ist das Ding schon fast fertig. Und wir bauen jetzt hier vorne alles zusammen. Und wir bauen jetzt hier vorne. Jetzt brauche ich hier nur noch einen Verschluss für, fertig. Der Kollege ist quasi fertig zusammengebaut. Jetzt fehlt mir nur noch dieser Pin. Da überlege ich noch, wie ich es genau mache. Ich habe jetzt mal eine Kleinigkeit ausprobiert. Die aber noch viel zu heiß ist, weil ich sie gerade abgeschnitten habe. Aber das zeige ich euch dann, wenn ich eine Lösung habe. In der Zeit streiche ich den ganzen Spaß mal. Ich mache das Ganze mit meinem 2 in 1 Swing Color Klarlack glänzend. Das sieht ganz cool aus. Und der kommt überall auf meine Skateboards drauf. Ich habe gerade den richtigen Rollen-Dingsbums nicht gefunden. Aber egal. Und ich könnte ja auch was drunter legen. Habe ich aber gerade nicht. Ich habe gerade nichts zum Trombonese. Egal. Und da kommt schön die Farbe raus direkt. Epp, epp. Weil die Bretter sind schon alle von mir gelasert. Die vorgefertigten. Immer. Ich hatte jetzt kein Komplett-Rolling. Das Brett wird jetzt nicht so beansprucht, wie das als Skateboard beansprucht wird. Weil es natürlich keine Tricks machen muss unbedingt. Und da werden auch zwei Lackschichten völlig reichen. Ich habe jetzt hier eine lustige Konstruktion. Und zwar aus Gewindeschrauben gemacht. Einmal eine M4er Gewindeschraube mit Kontermuttern. Und einmal eine M8 Gewindemutter mit Gewindeschraube abgeschnitten. Die passt hier in das Loch. Und die will ich jetzt miteinander verschweißen. So dass ich dieses Pack rausnehmen kann. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn ich es fertig geschweißt habe. So und ich bin mutig und schweiße das Ding direkt. Direkt hier zusammen. Bam! Passt perfekt sofort. Alter! Äh, komm raus. Ja! Top! Ja, geil! Ja, fein! Fein habe ich das gemacht! Das verzieht sich natürlich direkt. Hoffe ich nicht. Oder doch. Oder so. Irgendwie sowas. Yes! Ha! Das ist nämlich genau so, wie ich das haben will. Einfach so zusammen. Und das ist quasi so ein Doppelbolzen. Und das passt da perfekt rein. Ähm. Alter, wie geil bin ich denn bitte. Ich bin echt der Coolste. Bam! So. Ein bisschen so zacken. Buff. Passt es da rein. Jetzt wird es von der anderen Seite gekontert. Dann müssen wir es vielleicht noch ein bisschen fein kleifen oder so. Und dann geht das. Also wir haben ja hier diesen Kippmechanismus. So. Diesen Kippmechanismus. Und der wird geblockt von der Seite mit diesen Doppelschrauben. Die haben wir uns jetzt gerade zusammengeschweißt. Und jetzt packe ich die mal zusammen und zeige euch, was jetzt noch dazu gehört. Und zwar die obere Schraube kommt oben. Also die dünne kommt oben rein. So. Und jetzt ist es auch miteinander wirklich verbunden. Und damit man das quasi, ja, immer unterwegs entweder hier oben oder da unten einrasten lassen kann, habe ich mir jetzt das so überlegt, dass die Schraube hier weiter raus geht. Und so ist eigentlich auch der eigentliche Mechanismus mal gewesen. Ähm. Aber ich glaube, das war irgendwie mit so einer Klemme oder irgendwie sowas war das. Ich kann es nicht mehr sagen, es ist halt irgendwann kaputt gegangen. Und seitdem funktionierte dieses Ding da oben nicht mehr. Und deshalb hat es auch keiner benutzt. Jetzt machen wir da drauf hier Unterlegsscheiben. Äh. Dann eine Feder. Wieder eine Unterlegsscheibe. Und dann eine Mutter, die das Ganze hier auf Spannung setzt. Jetzt werde ich die Mutter hier mit der Gewindeschraube aber noch verschweißen. Ähm. Und dann abschneiden, so, dass das quasi ein Teil ist, was ich zusammen machen kann, damit man das, ähm, ja, zusammendrücken kann. Wir schweißen mit, äh, 65 Ampere. Da kommt jetzt richtig Dampf raus. Das geht sehr schnell. Ähm, ja. Äh, ihr seht den Glühhaufen. Das ist direkt miteinander verbunden. Das lassen wir kurz abkühlen und, äh, dann sollte das funktionieren. Auch der Mechanismus hier ist jetzt quasi fertig. Ich kann jetzt das Ganze eindrücken, lösen. Äh, mit ein bisschen Kraft. Das muss ich noch ein bisschen einspielen. Äh. Äh. Hallo? So, jetzt aber. Ha. Funktioniert doch. Also, hier hinten lösen, dann kann man es runter machen oder einfach wieder so und dann ein bisschen wackeln und dann geht das da, zack. Muss man ein bisschen nachhelfen, aber es funktioniert. Also, äh, ich bin mega stolz. Weißt, äh, Papa ist stolz. Dann bauen wir mal wieder zusammen den kleinen Kletterer Dodge. Schnell. Fertig. Die Fernbedienung anmachen, dann kann man hier von den verschiedenen Modi wählen. Vom Rookie Eco Pro bis zum Endless Mode. Ähm, dazu könnt ihr aber auch gerne im, äh, oben verlinkten Video checken, was welcher Modell ist. Und, äh, genau, ich fang jetzt mal, oder ich fahr jetzt mal mit dem Eco-Mode. Ich bin ja schon ein bisschen länger mit dem Brett unterwegs. Los geht's. Anstoßen und los geht's. Kinder, hier ist das Ergebnis von einer wunderbaren Idee und ich bin einfach mega happy. Und, äh, ja, raus aus der Garage, aber schon ein paar Tage gefahren. Äh, das muss ich dazu sagen, weil ich wollte das Ganze natürlich auch erst testen, ob das, was ich da gebaut habe, ich euch wirklich auch anvertrauen kann. Und ich kann sagen, ja, das, äh, Ergebnis ist der Kracher. Es hält. Äh, ich bin nicht der Einzige, der bisher schon darauf gefahren, äh, ist. Und, äh, ja, das ist nochmal ein komplett neuer Spaß. Einfach, äh, und man traut sich auch einfach direkt ein bisschen schneller zu fahren. Und, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann kommentiert fleißig, äh, gebt mir einen Daumen nach oben und schaltet die Glocke an, damit ihr nie wieder ein Video von Baubo und Bergen verpasst. Und hier könnt ihr mich abonnieren und da ist das nächste Video. Also, tschüss!